Liebe Studierende von SE1, jetzt geht es um Verteilungsdiagramme. Das ist ein bisschen kürzer als die anderen Varianten, weil das ist auch eine etwas einfache Diagrammvariante. Das Lernziel heute ist schlichtweg, dass Sie Verteilungsdiagramme anwenden können sollen und dazu gibt es auch eine Übungsaufgabe, die Sie machen können und eine Musterlösung. Was sind jetzt Verteilungsdiagramme? Verteilungsdiagramme zeigen Ihnen die Architektur eines Systems, wie sie zur Laufzeit sein soll. Verteilung ist dabei ein eher ungeschickt gewähltes Wort im Deutschen. Gibt leider auch nicht wirklich ein besseres. Installation wäre so eine Möglichkeit. Das englische Äquivalent für dieses Diagramm heißt Deployment. Deployment ist eigentlich der Truppeneinsatz im Militär. Ja, es ist aber dieser weite Begriff des Installierens, des Einbringens von Software in ein System. Und darum geht es bei dieser Diagrammart. Man zeigt letztendlich Softwarebestandteile, Software-Artefakte und es wird gezeigt, wie die auf Rechnerknoten installiert wird. Und ein Rechnerknoten ist irgendeine Form von Ausführungsumgebung. Das sieht dann so aus, man hat diese Knoten, die werden durch diese 3D-Würfel dargestellt. Und in diesen Knoten befinden sich unter anderem mehr Knoten, mehr Laufzeitumgebung. Sie könnten eine virtuelle Maschine haben, die auf ihrem Rechner läuft oder wie in diesem Beispiel ein Webbrowser. Und dann wird gezeigt, welche Artefakte, hier zum Beispiel frontend.html, welche Artefakte dort eingebracht, deployed werden. Und man kann mehrere Maschinen darstellen. Man kann zeigen, wie sind sie miteinander verbunden, also wie kommunizieren die übereinander miteinander. Und man kann zeigen eben, wo welche Software installiert ist. Das ist der Sinn eines Verteilungsdiagramms. Und ich möchte jetzt gerne mit Ihnen die einzelnen Teile nochmal auseinandernehmen. Als erstes soll es um Software-Artefakte gehen. Was sind Software-Artefakte? Physisch greifbare Dinge. Informationen, eine Datei beispielsweise. Das könnte ein sogenanntes Asset auf Ihrem Web-Server sein. Und kann eine lokale Datei sein. Index, HTML oder ein Skript oder so etwas. Die Notation ist einfach. Es ist ein Rechteck. Wie immer in UML ist es ein Rechteck. Mit dem speziellen Stereotyp Artifakt. Und man kann das auch noch grafisch kennzeichnen. Mit so einem kleinen Notizzettel als Symbol. Oder Sie wählen einfach ein eigenes Symbol, wenn Sie in Ihrer Umgebung etwas Bestimmtes haben. Was immer Ihre Index-HTML-Seite kennzeichnet. Dann wählen Sie doch das. Dann können Sie schneller aus diesem Diagramm schlau werden. Artefakte können zusammengesetzt sein. Das heißt, Sie können die Kompositionsbeziehung benutzen, um auszudrücken, dass Artefakte zueinander gehören. Wie in diesem Beispiel. Das Artefakt HelloWorldJar. Ein Java Deployment-Konstrukt ist das. Setzt sich aus dem HelloWorldClass zusammen. Das ist ein Executable. Das ist Java-Byte-Code. Und ein Dokument, das heißt ManifestMF. Das beschreibt den Aufbau dieser HelloWorldJar-Datei. Also solche Angaben sind möglich. Sie können auch Multiplizitäten verwenden, enthält 100 Bilder oder so. Das ist alles ausdrückbar. Abgesehen von der Kompositionsbeziehung gibt es noch zwei weitere Beziehungen, über die ich gerne mit Ihnen reden möchte. Das sind einmal die Abhängigkeit. Das heißt, man sagt, ein Artefakt benötigt ein anderes. Dazu verwenden Sie die Standard-Java-Abhängigkeit. Das heißt, gestrichelter Pfeil, offene Pfeilspitze. Und dann das Artefakt, worauf gezeigt wird. Das wird benötigt. Und das Artefakt, von dem der Pfeil ausgeht, das ist das, was es benötigt. In dem Beispiel hier sehen Sie ein Artefakt Adress-Service-Var. Das ist schon wieder so ein Java-Laufzeit-Ding. Und das benötigt das Artefakt Log4JJar. Das ist eine Logging-Bibliothek von Java, eine ganz übliche. Also, das ist eine Möglichkeit auszudrücken, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen diesen Artefakten. Eine andere Möglichkeit ist zu sagen, ich bin derjenige, der das hier implementiert. Also, Sie trennen ja eine UML oft zwischen etwas, was Sie modellieren. Hier zum Beispiel die Komponente Adressbuch. Die haben Sie mal in UML irgendwie gemacht und gesagt, hey, es gibt diese Komponente. Und jetzt möchten Sie ausdrücken. Und zur Laufzeit, der Code für diese Komponente steht hier. Und das können Sie machen, indem Sie eine Abhängigkeit benutzen. Gestrichelter Pfeil, offene Pfeilspitze. Und den Stereotyp Manifest dran schreiben. Und dann heißt das, dieses, von dem der Pfeil ausgeht, also Adress-Service war, manifestiert, implementiert diese Komponente, die Sie modelliert haben. Also eine Möglichkeit, eine spezifischere Abhängigkeit, die Ihnen eben beschreibt, dass das ein bestimmte Sache, die Sie haben, ein Software-Artefakt, etwas anderes realisiert, implementiert. Der Code ist eben da drin. Es gibt noch weitere, speziellere Stereotypen. Die UML, Sie können sich da noch mehr ausdenken, das ist gar keine Frage. Aber die UML an sich hat ein paar mehr. Neben dem reinen Artifekt, das der generelle Stereotyp ist, haben Sie Dinge wie Document. Document sagt, es ist eine Datei, aber sie ist nicht ausführbar. Executable hingegen sagt, diese ist ein Programm, Sie können es ausführen. File ist eine physische Datei. Library ist eben irgendeine Bibliothek. Wir sagen jetzt nicht statisch oder dynamisch. Dann gibt es noch Script und Source. Script ist einfach, können Sie verwenden für interpretierbare Dateien. Skripts eben, Skripte. Und Source sagt, dieses ist Quelltext. Das ist einfach sinnvoll, diese Stereotypen verwenden zu können, weil wir in einem Entwicklungsworkflow eben von dieser Art von Dateien reden. Ja, ist klar. Wie gesagt, da können Sie sich auch noch mehr ausdenken, wenn es für Ihre spezifische Situation sinnvoll sein sollte. Kommen wir zu dem anderen Teil, den es gibt. Also Software-Artefakte auf der einen Seite, auf der anderen Seite Rechnerknoten oder einfach nur Notes, also Knoten im Englischen. Notes oder Rechnerknoten sind das Ziel für die Verteilung der Software-Artefakte. Dort werden die rein deployed, rein installiert. Die Notation ist ungeschickt, finde ich, aber ist so. Es ist ein Rechteck im Pseudo-3D-Raum, also es ist ein Quader in Kavalierperspektive. Das heißt, diese Art, wo Sie nicht wirklich eine Fluchtpunktperspektive haben, sondern alles bleibt irgendwie parallel von den Linien her. Gut, Kavalierperspektive, also es ist so ein Pseudo-3D-Ding. Ist zum Zeichnen natürlich schon wieder blöd. Wo setzen Sie Linien an? In der Mitte von Ihrer Pseudo-3D-Wand? Ja. Man weiß es also nicht, es ist kein klar verbindendes Ding mehr. Gut, tut jetzt auch nicht wirklich weh. Dieses 3D soll natürlich naheliegen, hey, es handelt sich hier um eine Kiste, ein Rechner. Ist aber nicht immer ein Rechner. Kann ein Rechner sein, so ein Rechnerknoten, so eine 3D-Kiste, wenn ein Device draufsteht. Also wenn Sie ein Stereotyp-Device haben, ist es eine echte Rechnerkiste, eine physikalische Ressource mit Rechenkapazität. Und wenn Sie den Stereotyp Execution Environment haben, ist es irgendwas anderes, was ein Programm ausführen kann. Ein Betriebssystem, eine Sandbox in einem Browser, der JavaScript ausführt, eine virtuelle Maschine, irgendwas. Also Device, das reale Ding, ich kann es anfassen, theoretisch. Und Execution Environment, irgendeine Form Docker-Container, irgendetwas, was mir eine Ausführungsumgebung bereitstellt. Okay. Auch die Dinger können miteinander assoziiert verbunden sein. Womit? Zum Beispiel mit Komposition. Da kann man dann sagen, dieser Rechner enthält fünf Ausführungsumgebungen, diese, diese und diese. Also Multiplizität ist möglich und Sie können, wie hier gezeigt, einfach eine Komposition benutzen, um zu sagen, das hier ist da noch drin. Was auch sehr sinnvoll ist. Die zweite Möglichkeit, das zu zeigen, ist, indem Sie es reinmalen. In diese komische Box, malen Sie eine zweite Box. Okay. So, Software-Device der Rechnerknoten. Das haben wir jetzt schon. Es gibt jetzt noch mehr Möglichkeiten, diese Knoten miteinander zu verbinden. Und zwar können Sie die Kommunikationspfade darstellen. Und da hier unten sehen Sie schon das Problem in diesem Beispiel. Drei Server, Cloud-Server 1, Cloud-Server 2 und ein Database-Server sind verbunden über Kommunikationspfade. Einfache Assoziation. Wo setzt sich diese verdammte Assoziation an? Man weiß es nicht, an der Außenlinie vielleicht. Also es ist eine durchgezogene Linie. Sie können Multiplizitäten verwenden. Ein Server kann mit zehn anderen verbunden sein. Und das gibt typischerweise, wenn Sie ein Device haben, gibt es typischerweise die physikalische Verbindung an. Wie in diesem Fall sind hier zum Beispiel Gigabit Ethernet-Kabel spezifiziert. Sie können da zum Beispiel Patches ranschreiben. Sie können sagen, hey, das geht zu Patchfeld so und so und zu dem Patch A1 oder so. Und damit können Sie in einem größeren Rechenzentrum tatsächlich diagrammartig aufmalen, welche Rechner sind denn in einem Cluster mit wem verbunden physikalisch. Das ist manchmal auch ganz wichtig, dass man eine Form hat, das aufzuschreiben. Im Fall eines Execution Environments legen diese Verbindungen zwischen den Rechnerknoten viel eher ein Protokoll fest oder eine Pipe oder so. Also hierüber kann ich damit reden. Geht über Messaging, geht über HTTP, so etwas in der Art. Natürlich nicht das reale Kabel, weil wir reden ja gar nicht über reale Dinge, wir reden über eben Ausführungsumgebung. Und gerade wenn Sie in so etwas wie Docker oder Kubernetes oder so, also wenn Sie in so einer Cloud-Variante arbeiten, dann kennen Sie virtuelle Netzwerke vielleicht. Und dann ist es so, da muss man schon sagen, in welchem Container redet wer mit wem außerhalb des Containers und über welche Ports geht es und so. Genau, das können Sie dadurch ausdrücken. Wie sieht es jetzt aus, wenn wir ausdrücken wollen, dass die Software auf den Rechnerknoten eingebracht wird oder aufgespielt wird? Aufspieldiagramme wäre vielleicht auch nicht schlecht. Also die Installation von Artefakten auf Knoten wird als eine Abhängigkeit modelliert. Das heißt, es ist einfach gestrichelter Pfeil, offene Pfeilspitze mit dem Stereotyp Deploy. Einbringung, Aufspielung, Installation. Irgendwie sowas im Deutschen, dass das Wort fällt. Sie können das darstellen, indem Sie das installierte Artefakt nehmen, den Pfeil davon sozusagen ausgehen lassen und dann auf irgendeinem Rechnerknoten enden. Dann sagen Sie, dieses Artefakt, executable Hello World Class, wird auf dem Execution Environment Java, das befindet sich in dem Device Client Machine, wird es aufgespielt. Das ist die Aussage. Ist völlig identisch, Sie können es auch einfach reinzeichnen. Wie ich schon sagte, es gibt die Möglichkeit, statt mit diesen Assoziationen zu arbeiten, dass Sie die Knoten und die Artefakte schachteln, wie hier auf der rechten Seite dargestellt. Ja, also Sie haben eine Client Machine, da drin ist eine Java Ausführungsumgebung, da drin ist eine Klasse Hello World als executable. Punkt Class ist bei Java Bytecode, ist kein Source. Ist was Ausführbares auf einer Wirtendenmaschine. Gut, das sind die Möglichkeiten, das können Sie ad absurdum treiben. Also Sie können da schachteln, schachteln, schachteln. UML bietet sogar die Möglichkeit, dass Sie da einfach nur noch eine Bullet Point Liste, eine Stichpunktliste von den Klassennamen reinschreiben und gar nicht mal mehr dieses Artefakt mit dem Rechteck und dem Symbol. Ja, machen Sie erstmal vielleicht nicht, aber Sie können sich vorstellen, wenn Sie jetzt darüber reden wollen, dass hier 50 Sachen deployed werden, das wird nervig, da 50 Rechtecke zu zeichnen, wenn es immer die gleiche Aussage ist. Also da gibt es eine kleine Abkürzung, die Sie benutzen könnten, aber nicht müssen und auch nicht wissen müssen für die Klausur. Zusammenfassend. UML-Verteilungsdiagramme zeigen Ihnen Architektur, bestehend aus zwei wesentlichen Dingen, den Software-Artefakten. Ja, dieses Rechteck, da steht Artefakt drin oder auch was anderes, Skript zum Beispiel oder Executable und so. Und Sie können diese Artefakte miteinander verbinden, über eine Komposition beispielsweise, aber auch über Abhängigkeiten, wenn Sie wissen, dass es diese Abhängigkeiten gibt, und über als Manifestation, um zu sagen, dass Sie ein bestimmtes Modell-Artefakt hier in einem realen Software-Artefakt implementiert haben. Diese Artefakte kommen jetzt auf Rechnerknoten zu liegen. Rechnerknoten waren diese 3D, Pseudo-3D-Dinger in Kavaliersperspektive. Da steht entweder drauf Device oder Execution Environment, je nachdem, ob es physisch ist oder ob es eher eine virtuelle Geschichte ist. Und die Assoziationen dazwischen drücken im allgemeinen Kommunikationspfade aus. Könnten eben Kabel sein bei physischen Ressourcen und könnten aber auch irgendeine Form von Interprozesskommunikation zum Beispiel sein, wenn es um Execution Environments geht. Und dann gibt es noch eine Möglichkeit, die Einbringung, die Installation der Software zu beschreiben. Und das geschieht über dieses Deploy-File, eine Abhängigkeit, wo Sie Deploy heranschreiben als Stereotyp. Ja, und das ist eigentlich alles, was ich Ihnen heute erzählen will. Und ich wünsche Ihnen ansonsten einen schönen Tag. Tschüss!